wir begrüßen eigentlich die entscheidung der stadt köln finden das eigentlich ganz gut gibt es gibt uns und natürlich den kunden etwas mehr sicherheit man darf sich natürlich nicht darauf hundertprozentig verlassen aber dafür haben wir zusätzlich unsere schutzausrüstung maske an und desinfizieren natürlich weiterhin alles und haben die abstände im laden und halten uns an die an die regeln einfach ja es wird sich natürlich jetzt die nächsten tage raus stellen ob die öffentlichen teststellen mehr genutzt werden zurzeit ist es tatsächlich eher so dass die meisten kunden sich hier testen und das auch das angebot in anspruch nehmen von uns einen testen bekommen den sie dann zum selbst kostenpreis erwerben können werde da parallel fahren weil man ja auch für verschiedene sachen nehmen braucht dementsprechend werde ich wahrscheinlich eine mischung aus diesen offiziellen tests und selbst